Herr Professor Joost, wir denken bei Morbus Parkinson meistens an Rieger und Tremor. Welche Rolle spielen denn Schmerzen? Schmerzen sind ein sehr großes Symptom bei Parkinson-Erkrankungen. Man kann sagen, fast genauso häufig wie die Symptome, die Sie eben genannt haben. Und genauer genommen sogar häufiger noch als der Tremor. Warum werden denn Schmerzen oftmals in der Praxis nicht oder auch zu spät erkannt? Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten immer sehr auf die motorischen Symptome begrenzt und nicht daran gedacht, dass die Patienten auch nicht motorische Störungen haben, wie Schlafstörungen, wie Schmerz etc. Und die Patienten sind deswegen mit diesen Symptomen zu anderen Fachdisziplinen gegangen, zum Beispiel Orthopäden oder zum Hausarzt. Wenn Sie jetzt einen Patienten in der Neurologie sehen, wie gehen Sie bei der Diagnostik vor, um eben die Schmerzen zu erkennen, aber auch soweit es geht zu quantifizieren? Zuerst lasse ich den Patienten mal allgemein seine Beschwerden schildern. Wir haben mittlerweile Fragebögen, die häufig eingesetzt werden. Dazu gehört auch ein Schmerzfragebogen. Es gibt auch einen Fragebogen für nichtmotorische Störungen. Ich persönlich frage danach, nach Schmerzen spezifisch. Im nächsten Schritt geht es dann natürlich um die Behandlung. Wir haben ja mittlerweile eine relativ große Auswahl an Wirkstoffen zur Verfügung. Wie gehen Sie systematisch vor, abhängig von der Art des Schmerzes? Also die Schmerzsymptomatik ist sehr komplex. Das heißt, wir haben viele Ursachen. Deswegen muss ich natürlich erstmal schauen, was ist die Hauptursache. Wenn es Rigor und Akinese ist, dann versuche ich natürlich erstmal optimal die Pankseinerkrankung zu behandeln. Das heißt Dopaminergiker, Dopatopadopaminagnisten etc. Wenn es Fluktuationen sind, dann werde ich einen Comthemmer, einen Marohemmer dazugeben, um die Fluktuation zu kletten oder zu reduzieren. Wenn es mehr die Nachtproblematik ist, dann gebe ich etwas zur Nacht. Auch zusätzlich oder eben klettend für die Nachtphase. Das wären so die ersten Schritte. Und danach schaue ich, ist es muskuloskeletal, ist es neuropathisch. Also muss ich eher ein Schmerzmittel geben oder eher ein Antidepressivum, ein Medikament, Antikonvulsivum etc. Oder habe ich sogar beides oder hat der Patient Komorbiditäten. Also sehr, sehr komplex. Welche Komorbiditäten sind denn häufig Ihrer Erfahrung nach? Aufgrund des Alters sind natürlich rheumatische Erkrankungen häufig, degenerative Erkrankungen. Aber am allerhäufigsten dürfte die Depression sein. Wie würden Sie da in dem Fall vorgehen? Welche Wirkstoffe, Wirkstoffgruppen empfehlen Sie bei Depressionen und der neurologischen Erkrankung? Also wir versuchen natürlich Medikamente einzusetzen, die wenig Nebenwirkungen haben. Das heißt, viele der Antidepressiva sind nicht kontraindiziert, aber doch mit Nebenwirkungen belastet. Sodass wir meistens heutzutage Serotin und Nordrhein-Lin-Wiederaufnahme immer geben. Also Duloxetin, aber auch Vendlafraxin, Milnazepran. Es werden natürlich aktuell zur Zeit Cannabinoide und Cannabis sehr kontrovers diskutiert. Wie ist Ihre erste Einschätzung zur Verwendung? Ein sehr schwieriges Feld, weil auch das Spektrum der angebotenen Substanzen sehr groß ist. Viele haben psychotrope Effekte und manche haben keine. Die Datenlage ist begrenzt. Ich persönlich bin sehr zurückhaltend mit Cannabinoiden. Und nicht zuletzt Bewegung oder physikalische Therapie. Wie sind Ihre Erfahrungen in dem Bereich? Ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie nennen, weil die Patienten sich regelmäßig bewegen sollen. Sie sollen entweder Sport treiben oder eben spezifische Physiotherapie bekommen. Aber entscheidend ist, dass sie sich ausreichend bewegen. Am besten das, was Spaß macht. Ob das Tanzen ist, ob das Spaziergänge, Radfahren oder was auch immer ist. Das ist ganz wichtig, sowohl für die Parkinsonerkrankung als auch für den Schmerz. Das bedeutet das natürlich auch in gewisser Weise, sich aufzuraffen. Wie sieht es denn mit der Patientencompliance aus, gerade in diesem Bereich? Das schwankt sehr. Wir haben einige, die sehr engagiert sind, die man stellenweise sogar ein bisschen bremsen muss, weil sie versuchen, die Krankheit zu besiegen. Wir haben natürlich andere auch wieder, die dann eher gerne auf der Couch sitzen, wie das in der Normalbevölkerung eben auch ist. Und da muss man natürlich Angebote schaffen, dass die Patienten motiviert sind, hinzugehen. Vielen Dank. Dankeschön.